Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt nicht im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie, dass sie es waren, die beiden Befehl dringend sein können? Wo ist das einfach gekommen? Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sondern es ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzurechtiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich setz Feindlinge! Verreizter, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein neustes deutschen Volk! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zunge gebracht haben, nur um zu lachen, wenn man Messer und Klambe hält! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gesteckt! Die Welt, ganz Europa, erobert! Verreizter! Von allem Anfang an, wenn diese Verraten umbetragen waren! Es war ein ungeheuer Verrat geübt, der deutschen Volk! Aber alle dieser Verraten werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der Freund ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was sie wollen! Dr. Reichelt Vielen Dank.